Mit anderen Spots ist das nicht wirklich zu vergleichen. Das ist schon etwas Besonderes, hier in einem Haus zu sein. Ich habe mir dann eigentlich gleich die Hände gerieben, weil das eigentlich genau auf diesen DIY-Style super gut dazu passt. Musik 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 Mir ist das Haus eigentlich sehr ans Herz gewachsen. Also eigentlich gehe ich da schon fast durch wie durch mein eigenes Haus. Musik 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 Musik